Herzlich willkommen im Cartoon Museum Basel, herzlich willkommen in der Ausstellung Christoph Fischer – Der Welt abgeschaut. Mein Name ist Annett Gehrig, Leiterin und Kuratorin am Cartoon Museum Basel. Christoph Fischer aus Luzern, ein Künstler, ein Zeichner und Illustrator, ein Künstler, der in ganz unterschiedlichen Feldern unterwegs ist, ist bestens bekannt über seine Comic-Reportagen. Diese Führung wird sich auch den Comic-Reportagen widmen. In der Ausstellung in Basel zeigen wir die gesamte Bandbreite seines Werks. Erstmals eine Retrospektive. Christoph Fischer, ein Künstler, der, wie der Titel schon sagt, der Welt abschaut. Der Welt abschaut, aber nicht Schauplätze, die allen bekannt sind, der uns Schauplätze zeigt, die man sonst nicht sieht. Die Welt, aber nicht eine Welt mit den Personen, die in den Medien regelmäßig im Zentrum stehen. Es sind oft Menschen, die in der Medienberichterstattung gar nicht vorkommen, die also nicht im Mittelpunkt stehen, die abseits der Gesellschaft stehen, am Rande der Gesellschaft leben. Ein Beispiel dafür ist auch seine Comic-Reportage, die er 2010 und 2010 in Chicago gemacht hat, in Chicago im Wohngebiet Westside, wo er Menschen kennengelernt hat, wo er sich an Menschen herantasten musste und sich über vier Monate dort aufgehalten hat, um überhaupt in diese Gesellschaft hineinzukommen. Von Statistiken weiß man, dass das Gebiet eines der gefährlichsten oder ein Gebiet ist mit sehr vielen Gewaltverbrechen. Es ist also auch nicht ganz ohne, überhaupt dort aufgenommen zu werden oder in dieses Gebiet überhaupt, aus diesem Gebiet lebend herauszukommen. Christoph Fischer hat sehr gute Erfahrungen gemacht, eben auch vielleicht, weil er mit dem Zeichenblock ganz natürlich unterwegs war, mit dem Velo unterwegs war, was den Künstler eben auch auszeichnet, dass er mit dem Velo oder mit dem Fahrrad an Orte gelangt, wo man vielleicht mit dem Auto oder mit einem öffentlichen Verkehrsmittel gar nicht hinkommt oder dann vielleicht auch so unspektakulär als Gegenüber oder nicht gerade als Fremdkörper angesehen wird, wenn man so in eine neue Umgebung kommt. Also jemand, der wirklich in die Welt der Menschen hineingekommen ist, vielleicht auch das, was die Comic-Reportage ausmacht. Die Comic-Reportage ist ein langsames Medium. Zeichnen ist ein langsames, ein stilles Medium, wo man sich Orte kennen muss oder Orte wahrnehmen muss, ein allmähliches Entwickeln oder ein Aufspüren der Atmosphären, ein Kennenlernen der Architektur, der wichtigen Details, weil die Zeichnung ja immer ein realistisches Bild verdichtet, weglassen muss, entscheiden muss, was sie in den Mittelpunkt rückt. Die Comic-Reportage ist aber auch in den letzten Jahren deshalb ein wichtiges Medium geworden, weil in unserer schnelllebigen Welt auch der Journalismus natürlich immer die schnellsten und noch die heißesten News berichten muss. Das langsame oder das genaue Hinschauen, das Authentische vielleicht auch ein bisschen abhandengekommen ist und die Comic-Reportage, die vor über 100 Jahren sehr ein bekanntes Medium war, als es noch keine Fotografien gab, wieder in den Mittelpunkt gerückt ist. Man bezeichnet die Comic-Reportage heute auch als Slow-Journalism, weil eben dieses sich langsame Hineingeben in Situationen, sich Vertiefen mit der Comic-Reportage möglich ist. Christoph Fischer hat in Chicago das Vertrauen der Menschen gefunden und hat ganz besonders eine Familie kennengelernt, wo er auch Tag eingegangen ist mit der Zeit, eine Familie, die heute, wie Christoph Fischer sagt, zwölf Kinder hat. Eine Familie, zum Beispiel an einem Morgen hat der Familienvater Christoph Fischer mitgenommen ins Haus. Die Kinder waren noch am Schlafen und Christoph Fischer stand im Zimmer der beiden schlafenden Kinder. Eines davon ist aufgewacht und sagt zu Christoph Fischer, you're a white man. Und Christoph Fischer, ja, ich bin ein weißer Mann. Und das Kind ist wieder eingeschlafen und hat sich eben ins Bett zurück verkrochen. Ja, Christoph Fischer hat, als er in Chicago-West-Zeit war, über diese vier Monate hinweg sehr schnell den Zugang zu den Menschen aufbauen können. Er hat sich auch eben ganz, wie die Menschen sich selber tagtäglich bewegen, in den Supermärkten bewegt. Er hat auch an der Straße gesessen mit seinem Zeichenblock, dass die Menschen direkt zu ihm auch gekommen sind und man sieht es hier an den Kommentaren zum Beispiel. Sie sagen, verdammt, er kann zeichnen. Weißt du, wo der Millennium Park ist? Du kannst Millionen verdienen damit und sie scherzen einander zu. Also es sind so ganz natürliche Dialoge entstanden, weil das Zeichnen natürlich auch fasziniert. Oder vielleicht kommt es vom Portrait-Zeichnen her, dass wenn Menschen sehen, dass man sie mit einer gewissen Sorgfältigkeit oder mit einem Respekt behandelt, vielleicht anders wie bei der Fotografie, wo man einfach schnell abdrückt, sich die Zeit nimmt, um sich langsam auch an, ja, dass die Menschen durch das, dass es einen Dialog gibt, durch das langsame Entstehen der Zeichnung vielleicht auch mehr Wohlwollen da ist, sich porträtieren zu lassen. Vielen herzlichen Dank, seid ihr dabei gewesen bei der ersten Online-Führung zu den Comic-Reportagen von Christoph Fischer. Natürlich nur ein kleiner Teil. Wir haben nochmal einen Raum mit Comic-Reportagen. Wir werden euch auch die anderen Räume vorstellen, aber das ist nur ganz ein kleiner Teil, weil Ausstellungen muss man live erleben und bald werden wir wieder offen sein und wir freuen uns natürlich sehr auf die nächste Online-Führung, aber noch mehr, wenn ihr bald hier wieder bei uns im Museum seid. Auf bald! Ciao! Ciao! Ciao!